Ja? Servus. Ach, Quatsch, Bruder, ich verpindere mich. Okay? Alles klar, dann sehen wir uns gleich da. Bis gleich. Wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz nach halb sechs an diesem herrlichen 20. Oktober 2007 bei Ihrem Sender von hier. Für alle Frühaufsteher unter uns werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf den Sport. In der Fußball-Bundesliga spielt unsere Frankfurter Eintracht nämlich heute Nachmittag auswärts gegen den 1. FC Nürnberg. Außerdem unter anderem noch Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04 und Bochum empfängt die Bayern. Wie immer berichten wir natürlich live im Spiel pünktlich zum Anpfiff ab 15.30 Uhr bei Ihrem Wohlfühlsender der Region. Kommen Sie gut rein in den Tag mit allen Hits aus Pop und Rock und jetzt der ganz neue Single von James Blunt, 1917. Wienerin Pens credentialed dem auch die All inventory nach different AFOLNO bei Wohlfühlsender der Union. Wohlfühlsender der Leib 울 Mutter oder anderen St LOOK im Spiel ab und am Sonnenberg wird das nachvollziehen. Wohlfühlsender. Gut, alles klar, was geht ab? Pippen holen. Hol' das sowohl nach oben nach unten. Komm, wir plassernen. Zu indoor-Ab doing mit dem Helfer. Auf der ersten Wohlfennen total natürlich. Das ist übrigens die Postgang. Zovers 여러�-Ab ruling店. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.